Weil manche sagen, dass es sogar Betreiber ist von der Regierung. Nein, das von der Regierung. Von Stiftung. Von Stiftung. Von Stiftung. Von Stiftung. Von Stiftung von Parteien. Also das sind Stiftung von Parteien. Und die Parteien sind in der Regierung mit drin, zum Beispiel der SPD. Leute, das war nicht ernst gemeint.